Lieber Eckhardt, herzlichen Glückwunsch zu deinem 80. Geburtstag. Ich sitze hier in einem Gasthaus, das ist schon 1000 Jahre alt und der wird hier auch fast. Also für dich gilt, weitermachen wie gewohnt. Du bist mein Vorbild und ich glaube, dass du noch viel zustande bringen wirst. Und dazu wünsche ich dir viel Gesundheit, Elan und eine gute Zeit. Herzlichen Glückwunsch nochmal, dein Vincent.